So, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich eröffne die Nachmittagssitzung und rufe auf die Tagesordnungspunkte 10 und 14. Das ist die erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Gesetz über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen mit Punkt 14. Erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion SPD und Freie Demokraten, Gesetz zur parlamentarischen Beteiligung des Hessischen Landtags. Beim Erlass von Verordnungen zur infektionsschützenden Maßnahmen, das ist 20.394, 20.4012, Redezeit 10 Minuten. Und es beginnt die Vorsitzende der CDU-Fraktion, Ines Klaus. Bitte sehr, Ines. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir bringen heute das Gesetz über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen ein. Im Schwerpunkt geht es da um Parlamentsbeteiligung. Momentan machen wir das noch in relativ kleiner Runde, gerade wenn ich auf die Opposition blicke. Meine Damen und Herren, nichtsdestotrotz, uns ist das Thema sehr wichtig, denn diese Pandemie dauert an. Wir befinden uns bereits seit acht Monaten in dieser Pandemie und sind uns allen, jedem einzelnen großen Grundrechtseingriffen ausgesetzt. Und je länger diese Pandemie und auch die Eingriffe dauern, desto stärker wird auch die Intensität des Eingriffs. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute darüber sprechen und gesetzliche Regelungen dafür schaffen. Und unser Entwurf entspricht der Verantwortung dieses Hauses, das hier zu regeln. Denn wir sind den Menschen draußen drei Dinge schuldig. Das ist zum einen Transparenz und Beratung hier im Parlament, zweitens eine handlungsfähige und flexible Regierung und drittens verhältnismäßige Maßnahmen, die uns durch diese Pandemie bringen. Und deswegen hat unser Gesetz eine Zwei-Säulen-Struktur. Das heißt, auf der einen Seite wird das Parlament gestärkt und auf der anderen Seite wird das Regierungshandeln gestärkt. Alles in der Architektur des Art. 80. Jetzt würde ich das noch weiter ausführen, aber bei der Opposition ist es weiterhin relativ leer. Und insoweit mache ich es trotzdem. Die Kollegin Faeser weist darauf hin, sie ist da. Deswegen, also dann machen wir das so. Also, Art. 80 sieht natürlich ausdrücklich vor, dass immer die Gesetze vom Parlament gemacht werden. Dass aber das Parlament die Möglichkeit besitzt, auch an die Regierung zu delegieren. Ja, zu delegieren, das bedeutet, dass dann Verordnungen aufgrund von Gesetzen gemacht werden. Und auch das hat der Bundestag im März gemacht. Und auch das unter Zustimmung von SPD und FDP soll also heißen, dieser Zustand, der momentan auch beklagt wird, aus diesen Reihen ist selbst mitgetragen worden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und wenn man sich dann die weitere Logik des Art. 80 anschaut, wenn also das Parlament delegieren kann, auf die Regierung in solchen Zeiten, um flexibel zu sein, dann kann natürlich logischerweise auch das Parlament immer wieder diese Befugnis zurückholen und ein Gesetz draus machen. Das steht im Art. 80.4 drin. Und das haben wir jetzt in unserer Struktur des Gesetzes niedergeschrieben, aufgeschrieben und festgeschrieben. Und das bedeutet, dass an dieser Stelle entweder eine Verordnung in Kraft ist oder ein Gesetz. Aber es gibt nie zwischendrin einen Schwebezustand. Und den darf es in dieser Pandemie auch nicht geben. Insoweit ist es klar, dass die Regierung eine Verordnung macht und wir diese mit einem Gesetz ablösen können. Übrigens auch die ganze Zeit hätten ablösen können. Aber wir uns an dieser Stelle sehr bewusst sind, dass es jetzt in Gesetzesform nochmal gegossen wird. Und das ist wichtig. Die Kollegin Faeser hat es an anderer Stelle als witzlos bezeichnet. Wir wollten auch nicht witzig sein an dieser Stelle, sondern wir wollten einen wichtigen Rechtsgedanken konkretisieren. Es ist nämlich die Konkretisierung des Grundsatzes der Gewaltenteilung. Und der steht sehr zentral in unserem Gesetz drin. Damit man diesen Grundsatz aus Art. 80 und in unserem Gesetz auch sehr gründlich wahrnehmen kann, haben wir ausreichende Unterrichtungspflichten auch noch in dieses Gesetz hineingeschrieben. Und zwar eine Unterrichtungspflicht, dass unverzüglich die Regierung uns unterrichtet, welche Maßnahmen getroffen worden sind, uns unterrichtet über die epidemiologischen Entwicklungen in Hessen und uns unverzüglich die Rechtsverordnung nach Verabschiedung übersendet. Darauf folgt dann noch ein Bericht hier im Parlament über die Verordnung, die zwischen zwei Plenarsitzungen getroffen wurden. Insoweit steht da auch fest, dass wir eine ausreichende, eine gute Grundlage haben, um darüber zu entscheiden, ob wir ein Gesetz machen oder das Regierungshandeln weiter billigen. Um das noch einmal zu verdeutlichen. Wir haben also eine Möglichkeit hier festgeschrieben, in jedem Plenum über jede Rechtsverordnung hier zu reden, zu streiten und, und das ist die Prämisse, dann einen konkreten Änderungsvorschlag zu machen. Es reicht also nicht zu sagen, finde ich nicht gut, hätte ich anders gemacht oder vielleicht. Nein, es ist konstruktiv, was wir hier vorgeschlagen haben. Und das ist wichtig an der Geschichte, weil ich wiederhole es noch einmal, wir dürfen keine Schwebezustände in dieser Krise erlauben. Diese Zeit haben wir nicht, das nehmen wir ernst, und das steht in unserem Gesetz drin. Insoweit geht unser Gesetz auch über das Gesetz der Oppositionsfraktion hinaus, weil es ein Mehr ist. Es bringt jede Verordnung ins Parlament, und nicht nur die, die befristet sind. Das ist der erste Punkt. Übrigens ist unser Gesetz auch detaillierter. Wir haben einen Gesetzeskatalog in die Begründung reingeschrieben, von zwölf Regelbeispielen sehr detailreich aufgeschrieben, um sich zu orientieren, was eingeschränkt werden darf, auf welcher Grundlage, und da auch noch einmal eine Legitimation eingezogen. Und umso erfreulicher ist es, dass auf Bundesebene gerade auch der Paragraf 28a des Bundesinfektionsschutzgesetzes so angepasst und novelliert wird, dass ein eben solcher Katalog dort mit drin ist. Und insoweit ist unser Gesetz auch detaillierter. Also geht unser Gesetzesvorschlag nicht nur darüber hinaus, sondern ist auch hessischer, und das ist doch auch wichtig an der Geschichte. Denn wir haben uns ja auch vorher hier eingebracht. Wir waren natürlich doch vorher beteiligt, und das haben wir noch einmal sehr detailreich reingeschrieben, und zwar im Bereich der Finanzen. Auch hier haben wir in § 3 Abs. 3 noch einmal die Parlamentsbeteiligung ausdrücklich normiert, so wie wir sie schon stehen haben, im Bereich des Hessischen Gute Zukunft Sicherungsgesetzes. Deswegen ist es sehr klar, und wir müssen es sehr klar feststellen, dass dieses Parlament die ganze Zeit nicht nur beteiligt war, sondern maßgeblich mitgewirkt hat. Und alle Vorwürfe, die dies bestreiten, schaden diesem Haus. Sie tun nichts anderes, als dem Parlamentarismus zu schaden, und sie schaden dem Ansehen dieses Hauses. Und das muss man sehr, sehr deutlich auch einmal feststellen. Zudem muss man auch feststellen, dass die Menschen in Hessen mit über 80 % mit den Maßnahmen zufrieden sind. Und das sollte hier auch noch einmal klar herausgearbeitet werden. Und wenn Sie jetzt sagen, auch da passt es von den Worten nicht, die Sie wählen, Sie sprechen immer von Hinterzimmer und was nicht alles auf Bundes- und auf Landesebene, auch da sage ich, erstens ist es gefährlich, weil es diesem Haus schadet, und zweitens entspricht es nicht der Wahrheit. Auch die Regierung ist ein Verfassungsorgan, auch das gehört dazu, und das ist ausdrücklich im System des Art. 80 % vorgesehen. Und wenn Sie bislang von dem Art. 80. 4 nicht gebraucht gemacht haben, dann kann das nur zwei Gründe haben. Der erste Grund könnte sein, Sie waren immer mit den Maßnahmen zufrieden, weil es keinen Änderungsvorschlag gab. Oder den zweiten Grund, und jetzt komme ich zu dem witzigen Teil, und da möchte ich Prof. Georg Hermes zitieren, der gesagt hat, dann könnte es auch an der Schlafmützigkeit der Opposition liegen. Ich möchte noch einmal ausdrücklich feststellen, dass, obwohl dieses Gesetz noch nicht vorlag, hat uns die Regierung immer schon unterrichtet. Und insoweit sage ich auch noch einmal einen herzlichen Dank an den Ministerpräsidenten, als auch an die gesamte Landesregierung, die uns vorher schon unterrichtet hat, die uns vorher die Verordnung zugesichert hat. Auch das gehörte zur Parlamentsbeteiligung. Vielen herzlichen Dank dafür. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Deswegen beinhaltet zweite Säule dieses Gesetz nicht nur die Stärkung des Parlaments, sondern zweitens auch die Billigung des bisherigen Regierungshandelns. Auch das ist wichtig. Und zum Schluss stelle ich fest, das Parlament war und ist nicht vor der Tür. Die Regierung war und ist nicht im Hinterzimmer gewesen. Und wie die Verfassung das vorsieht, sind wir zwei Säulen eines gemeinsamen Hauses. Das haben wir in ein Gesetz geschrieben, und wir freuen uns auf die Beratung. Vielen Dank. – Das Wort hat Frau Kollegin Nancy Faeser, Vorsitzende der SPD-Fraktion. Bitte sehr, Nancy. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Klaus. Das, was ich hier in den letzten Monaten erlebt habe, als Parlamentarierin, und ich glaube, meiner Fraktion geht es da ähnlich. Dass wir monatelang immer erst informiert wurden, wenn die Presse schon informiert war vom Ministerpräsidenten, die Verordnungen erst erlassen wurden, dann uns irgendwann zugeleitet wurden, war eine parlamentarische Zumutung sondergleichen. Aber dass Sie sich heute noch hierhin stellen und uns dafür beschimpfen, das, finde ich, haut dem Fass den Boden aus. Das muss man wirklich einmal sagen. Das ist schon wirklich mehr als dreist. Ich bin überrascht über die Aggressivität, weil die erlebt man eigentlich nur dann, wenn man sich irgendwie schuldig fühlt. Das scheint ja offensichtlich der Fall zu sein. Ich habe es an dieser Stelle schon häufiger gesagt, und es beweist sich von Debatte zu Debatte mehr, Herr Bauer. Auch Sie müssen sich diese Fragen gefallen lassen. In der Krise zeigt sich der Charakter. Das gilt für Menschen, Herr Bauer, das gilt für Regierungen und das gilt auch für Demokratien. Die überwiegende Mehrheit der Menschen in Hessen haben uns in den letzten Monaten gezeigt, dass sie Charakter haben. Ich denke mal an die Menschen im Krankenhaus, in den örtlichen Praxen, die Menschen, die trotz Beschränkungen noch im Supermarkt arbeiten mussten, das alles hingenommen haben. Diesen Menschen verdanken wir in der Krise das meiste, und die haben Charakter gezeigt in den letzten Wochen und Monaten. Und das ist es, was dieses Land auch ausmachen soll, Zusammenhalt und Solidarität. Davon war bei Ihnen eben wenig zu spüren, Frau Claus. Und das ist nicht selbstverständlich, denn die Zumutungen waren enorm und sind enorm für Familien, für Unternehmen, für Beschäftigte, für junge Menschen, für alte Menschen, für uns alle. Und dennoch können wir eigentlich stolz auf das sein, was die Hessen in der Krise geleistet haben. Auch für uns im Parlament hat das Jahr enorme Zumutungen gebracht. Wir haben vieles möglich gemacht, was sonst undenkbar gewesen wäre. Ich will nur noch einmal daran erinnern, dass meine Fraktion dem Nachtragshaushalt im März innerhalb eines Tages in allen Lesungen zugestimmt hat, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wo Sie von Schläfrigkeit, von Opposition oder Verweigerungshaltung reden. Also, das ist schon wirklich sehr, sehr dreist unter diesen Voraussetzungen. Ich will das noch einmal sehr deutlich sagen. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass eine Landesregierung per Verordnung durchregiert, meine Damen und Herren. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Ausnahmezustand, über den wir heute hier beraten. Und wie die Ergebnisse zeigen, es ist auch nicht gut, wenn eine Landesregierung per Verordnung durchregiert. Ich will das an zwei Beispielen deutlich machen. Ich will das Beherbergungsverbot noch einmal nennen. Ich bin nach wie vor der Auffassung, wenn man das vorher hier beraten hätte. Ja, wir waren doch alle gemeinschaftlich unterwegs. Ich nehme mich doch gar nicht aus in der Verantwortung, den Menschen zu sagen, bitte macht in Deutschland im Herbst Ferien. Fahrt nicht ins Ausland, wie ihr es sonst gemacht habt. Nein, bitte sucht euch in Deutschland einen schönen Ort aus und macht dort Urlaub. Und dann macht man ein Beherbergungsverbot und erklärt den gleichen Menschen, nee, da dürft ihr nicht mehr hinfahren, weil ihr jetzt aus einem Hochrisikogebiet stammt. So kann man mit den Menschen in Deutschland nicht umgehen. Ein zweites Beispiel sind die neuerlichen Verbesserungen. Auch da hätten wir eine Chance gehabt, wenn wir vor dem Erlass der Verordnung hier mal darüber debattiert hätten, vor dem zweiten Lockdown jetzt, zu sagen, was sind denn die neuen Maßnahmen und welche gibt es und welche sollte man machen, welche nicht. Und ich will die Musikschulen, die Kunstschulen ansprechen. Wir haben Sie hier gefragt, da war die Verordnung aber schon erlassen von der Landesregierung, warum ausgerechnet Hessen die Musikschulen, die Kunstschulen schließt, obwohl die anderen allgemeinwillenden Schulen offen bleiben. Dafür gab es keine Erklärung, aber eine Woche später wurden sie wieder geöffnet. Das Gleiche gilt für Kinderspielplätze, für das Sporttreiben im Freien. Warum sage ich das hier? Weil, und ich trage ja die Maßnahmen des zweiten Lockdowns mit, aber warum erwähne ich das hier? Weil natürlich eine Woche später die Rücknahme von Maßnahmen, also wieder Lockern, in einer Phase, wo wir von den Menschen aber wollen, dass sie zu Hause bleiben, das falsche Signal war. Und darum geht es, solche Dinge zu vermeiden. Aber, das sage ich auch ganz deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um viel mehr. Es geht bei den Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 um massive Grundrechtseinschränkungen. Deshalb bedarf es dringend einer regelmäßigen und frühzeitigen Einbindung der Parlamente. Und diese Zumutungen bieten nicht Stoff für irgendein Referat, was man in der Politikwissenschaft oder auch als Jurist halten sollte, sondern sie sind eben nicht rein theoretisch, sie sind sehr praktisch, weil sie ganz konkrete Auswirkungen auf die Akzeptanz der Maßnahmen bei den Menschen haben. Und je mehr, je offener und transparenter wir die Maßnahmen besprechen und beraten und auch darüber streiten, was gut und richtig ist, desto besser. Wo könnte es einen besseren, offenen und transparenteren Ort geben als ein Parlament, frage ich Sie. Deshalb gehören diese grundrechtseinschränkenden Maßnahmen ins Parlament. Dabei muss gelten, je stärker der Grundrechtseingriff, desto stärker die parlamentarische Legitimation. Aber die Antwort von Schwarz-Grün war über die gesamte Krise knapp hinweg, Mehrheit ist Wahrheit. Das war an sich schon ärgerlich, doch in der Krise ist es fatal. Der Preis für diese Arroganz ist der Verlust der Akzeptanz. Ich will das deutlich noch einmal sagen. Und da brauchen Sie jetzt auch nicht, Herr Kollege Wagner, ich kann Ihre Rede schon durchsprechen. Ich weiß, dass Sie sich eh dann gerne an mir abarbeiten. Machen Sie viel Spaß dabei. Sie werden hier sagen, es gibt doch gestern eine Umfrage, die sagt, dass die beschlossenen Maßnahmen zum zweiten Lockdown große Akzeptanz finden. Ja, das ist so. Wenn Sie mich fragen würden, ob ich die Maßnahmen gut finde, würde ich auch Ja sagen. Finde ich auch gut. Ich wäre in dieser Statistik mit drin. Würde man mich aber fragen, ob ich mit dem Handeln der Landesregierung in der Krise zufrieden bin, würde ich Nein sagen. Und das sieht man an dieser Statistik eben nicht. Genau deshalb, wegen dieser ganzen Monate, die wir erlebt haben, legen wir heute gemeinsam mit der FDP ein Gesetz vor, das diesen demokratischen Zumutungen ein Ende bereiten soll. Es ist ein Gesetz, ich will das noch einmal ausdrücklich dazu sagen, weil man soll ja auch sagen, wo kommt das her? Es kommt aus Baden-Württemberg und es ist unter anderem von Schwarz-Grün mit beschlossen worden, weshalb ich auch noch einmal sehr dafür werbe, dass Sie über Ihren Schatten springen und eine echte Beteiligung hier auch zulassen. Der wesentliche Unterschied zwischen Ihrem und unserem Gesetzentwurf ist, dass es bei uns möglich ist, vor den Verordnungen das Parlament schon zu beteiligen. Und das ist eine echte Beteiligung. Eigentlich eint uns ja die Überzeugung, dass gerade in der Pandemie das Parlament beteiligt werden soll. Das mag die Herren auf der Regierungsbank überraschen. Die Debatte ist kein Geschenk von Herrn Bouffier an das Parlament, sondern die Debatte ist Kern unserer Demokratie, meine Damen und Herren. Und wir wollen, das ist auch ein weiterer Unterschied unseres Gesetzentwurfs gemeinsam mit der FDP zu Ihrem, dass wir auch dann im Landtag entscheiden, wenn eine Verordnung länger als zwei Monate gilt. Auch das ist eine wichtige Unterscheidung, dass wir sie dann, auch wenn es Eilentscheidungen gibt, und dafür gibt es gute Gründe, ich will da gar nicht dagegen sprechen. Es kann gute Gründe für Eilentscheidungen geben, aber auch dann wollen wir hier im Parlament dazu beteiligen wollen. Ich will den zentralen Unterschied noch einmal hervorheben. Wir wollen eine echte Parlamentsbeteiligung in der Krise. Sie wollen ein Feigenblatt für die fehlende Parlamentsbeteiligung, die bislang in der Krise da war. Ich habe mit großer Überraschung die Presse gelesen, Frau Claus hat das auch gemacht, dass der Kollege Wagner schon gesagt hat, ja, einen gemeinsamen Weg kann man ja machen, aber er hat keine Lust, sieben Runden mit der Opposition zu drehen. Ja, Demokratie ist manchmal anstrengend. Aber an diesem Punkt, wo es um Demokratiebeteiligung geht, um das Herzstück dieses Parlaments, sollte man sich doch die Mühe machen, miteinander ein Gesetz auch auf den Weg zu bringen, meine Damen und Herren. Oder zählt für Sie nur noch die Regierung? Ich will Ihnen sagen, dass Ihre Partei das ja im Bund offensichtlich anders sieht. Ich will das noch einmal aus einem Antrag der GRÜNEN-Bundestagsfraktion zitieren. Ich zitiere, die verfassungsrechtliche Unsicherheit birgt das Risiko, dass die bisher im Verordnungswege verfügten Maßnahmen das Ziel der Eindämmung des Infektionsgeschehens nicht erreichen können, weil Regelungen gerichtlicher Überprüfung nicht standhalten. Rechtsstaatsprinzip, Demokratiegebot und das Ziel der Eindämmung der Pandemie erfordern daher eine stärkere Einbindung der Parlamente und die Beseitigung bestehender gesetzlicher Defizite. Deshalb plädiere ich noch einmal dafür, unserem Gesetz auch zuzustimmen, meine Damen und Herren. Ich weiß, auch die CDU hätte gerne so weiterregiert. Ich bin dem Bundestagspräsidenten, Herrn Schäuble, sehr dankbar dafür, dass er sich in die Debatte um die Parlamentsbeteiligung eingebracht hat. Sonst würden wir hier wahrscheinlich nur über einen Gesetzentwurf von FDP und SPD reden, aber nicht von Schwarz-Grün. Ich will noch einmal sagen, wir vergessen nicht, warum Schwarz-Grün einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Erst als der Druck zu groß wurde, hat die Koalition umgeschwenkt und versucht, sich als Verfechter von Parlamentsbeteiligung nun anzugeben. Der Versuch ist fatal gescheitert, wie man eben an der Rede von Frau Klaus gemerkt hat, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Das zeigt leider das Mustern und Handeln des Unterlassens von Schwarz-Grün in der Krise, ob beim Testen, beim Impfen, bei den Sportvereinen, beim Beherbergungsverbot in den Schulen oder in der Kinderbetreuung. Die Landesregierung findet eine Lösung, manchmal sogar die richtigen, aber immer erst, nachdem sie die falschen ausprobiert hat, meine Damen und Herren. Deshalb brauchen wir jetzt unbedingt einen Beitrag, den wir hier heute als Parlament leisten können. Deshalb legen wir diesen Gesetzentwurf vor, damit in Zukunft auch in der Krise gilt, das Herz der hessischen Demokratie schlägt in diesem Parlament, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Das Wort hat der Abg. Rolf Kahnt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über einen gestrigen Redebeitrag zum Thema Hochschulen muss ich noch etwas anmerken. Ja, zur Demokratie gehört die Inszenierung von Konflikten. Aber die Grenze ist erreicht, wenn aus politischen Gegnern existenzielle Feinde gemacht werden. Sie sind es nicht, sondern Menschen, mit denen man den Dialog suchen muss. Den Dialog suchen die beiden vorliegenden Gesetzentwürfe. Trotz Differenzen ist vieles ähnlich, auch wortgleich formuliert, wie etwa in den Paragrafen 1 bis 3. Paragraf 2, Absatz 5 und 6 bestätigen Gemeinsamkeiten, die Gültigkeit einer Rechtsverordnung ist zeitlich angemessen zu begrenzen und kann jeweils durch die Verordnungsgeberin verlängert werden. Es herrscht Einmütigkeit. Die Weiterverbreitung übertragbarer gefährlicher Krankheiten muss durch zielgerichtete Maßnahmen verhindert werden. Ohne Frage. Einschränkungen von Grundrechten und deren Verlängerung benötigen demokratische Legitimation und parlamentarische Befassung. Der Knackpunkt im SPD-Freien Demokraten-Entwurf ist der geforderte Zustimmungsvorbehalt des Parlaments, was die Überschreitung der Gültigkeitsdauer und die Einhaltung von Zustimmungsfristen, siehe Paragraf 2, Absatz 5, angeht. Angesichts eines sich dynamisch veränderten Infektionsgeschehens wäre dieser Vorbehalt nur mit hohen Risiken verbunden, will man sich nicht vorwürfen, ausgesetzt sehen, die da heißen Handlungsunfähigkeit oder gar Konzeptionslosigkeit. Jene schlimmstenfalls lähmenden Zustimmungsvorbehalte gegenüber erforderlichen kurzfristigen Maßnahmen nehme eine schwebende Unwirksamkeit billigend in Kauf, die aber weder der Exekutive noch der Bevölkerung zuzumuten ist. Ob Maßnahmen unverhältnismäßig oder rechtswidrig sind, das kann jederzeit ein Gericht überprüfen und klären. Abschließend, ich halte beide Entwürfe für gut. Es geht um Beteiligungsrechte. Meine Zustimmung findet aber nur der Entwurf von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kahn. Das Wort hat der Abg. Matthias Wagner, Fraktionsvorsitzender der BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann mich zunehmend nur noch wundern, wie vonseiten der Opposition mit dem Thema Corona hier im Landtag umgegangen wird. Wir sind uns in der gesamten Bundesrepublik, die Bundesregierung, alle Landesregierungen und die Bundesregierung, gleich welche Parteien sie stellen, wir sind uns einig. Und jedes Mal in den Landtagsdebatten wird hier vonseiten der Opposition krampfhafter Versuch gestartet, das Gegenteil zu erzählen. Ich kann mich wirklich nur noch wundern, meine Damen und Herren. Ich verstehe nicht, Frau Kollegin Faeser, wie man in einer Frage, wo sich die Parteien einig sind, wo sich die Parteien einig sind und zum Glück einig sind, wie man dann hier eine Debatte führen kann und Rednerinnen und Rednern dieses Hauses die Charakterfrage stellt. Haben Sie es vielleicht auch ein bisschen kleiner in einer Frage, wo wir uns eigentlich alle einig sind? Ich spreche Ihnen, Frau Kollegin Faeser, den Charakter nicht ab. Ich weise aber auf eines hin, wenn es darum geht, wer misst dem Thema hier Bedeutung bei und wer nicht, dann weise ich darauf hin, dass Sie, Frau Kollegin Faeser, die einzige Abgeordnete Ihrer Fraktion waren, die zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes anwesend waren. Das sagt etwas über Bedeutung, die man diesem Thema beimischt. Wir haben am vergangenen Samstag vor einer Woche darüber debattiert, über die neuen Maßnahmen von Bund und Ländern, weil wir uns einig waren, dass dieses Parlament darüber beraten soll. Dann fällt mir jedes Verständnis, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, dass einige Abgeordnete von Ihnen dieser Sitzung ferngeblieben sind und andere Termine wahrgenommen haben. Das sagt auch etwas darüber, wie ernst man die Parlamentsbeteiligung nimmt oder nicht. Wir nehmen sie sehr ernst, meine Damen und Herren. Dieses Parlament hat sich seit Beginn der Krise mit Corona beschäftigt. Ich weise das als Parlamentarier aus Überzeugung auch ausdrücklich zurück, wenn hier der Eindruck erweckt werden soll, dieses Parlament habe sich nicht mit Corona beschäftigt. Wir haben mehrere Sondersitzungen gemacht. Wir hatten 30 Ausschusssitzungen. Wir haben in den 30 Ausschusssitzungen 60 Anträge behandelt. Wir haben 30 Stunden in diesem Parlament debattiert. Dieses Parlament beschäftigt sich mit den Fragen, die die Menschen bewegen. Dieses Parlament beschäftigt sich mit Corona. Was ist denn sonst, meine Damen und Herren? In unserer Beschäftigung gehen wir heute einen wichtigen Schritt weiter, indem wir über Gesetzentwürfe beraten, wie wir die Beteiligung, die Mitentscheidung des Landtags auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Und Kollegin Ines Klaus hat dazu ja alles schon gesagt, was in dem Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN drinsteht. Wir verankern eine regelmäßige umgehende Informationspflicht der Landesregierung gegenüber dem Parlament. Und wir stellen gesetzlich sicher, dass jede Verordnung, aber auch jede Verordnung hier im Parlament im Herz der Demokratie diskutiert wird. Und genau das ist auch richtig so, meine Damen und Herren. Und zwischen den vorliegenden Gesetzentwürfen gibt es nur einen zentralen Unterschied. Der rechtfertigt nicht hier die maßlosen Vorwürfe, die gemacht wurden, sondern eine ernsthafte Debatte. Der Gesetzentwurf, den CDU und GRÜNE vorgelegt haben, stellt sicher, dass zu jeder Zeit Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ergriffen werden. Dass es niemals einen Zustand gibt, wo nicht der Virus bekämpft wird. Wir sagen in unserem Gesetzentwurf, das Parlament muss über alle Maßnahmen entscheiden, selbstverständlich. Aber wenn das Parlament sagt, so wie es die Regierung machen will, so nicht, dann muss das Parlament auch sagen, wie dann. Das folgt schon einmal aus meinem Selbstverständnis als Parlamentarier. Das folgt aus meinem Selbstverständnis als Parlamentarier. Es ist nicht die Aufgabe des Landtags und der ersten Gewalt in unserem Land, Haltungsnoten zu vergeben zu dem, was andere tun, sondern wenn man das falsch findet, was andere tun, dann muss man als selbstbewusster Parlamentarier und selbstbewusster Parlamentarier sagen, wie man es dann macht. Genau das ist der Unterschied zwischen den beiden Gesetzentwürfen. Es gibt in dieser Debatte einige Missverständnisse oder vielleicht sagen einige auch etwas anderes, als sie wirklich meinen. Das erste Missverständnis ist, die entscheidende rechtliche Absicherung der Grundrechtseingriffe muss auf Bundesebene erfolgen. Darauf hat Frau Kollegin Faeser aus meiner Sicht völlig zu Recht hingewiesen. Alle Maßnahmen basieren auf dem Bundesinfektionsschutzgesetz. Das Bundesinfektionsschutzgesetz ist nicht für eine lang andauernde Pandemie gemacht. Deshalb müssen auf Bundesebene die entscheidenden rechtlichen Absicherungen vorgenommen werden. Das können wir als Landtag nicht heilen. Das müssen die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag erledigen. Das zweite Missverständnis oder wo vielleicht Kolleginnen und Kollegen was anderes sagen, als sie meinen, ist, wenn gesagt wird, Parlamentsbeteiligung, aber eigentlich Entscheidung durch die Opposition gemeint ist. Das gibt es auch in der Pandemie nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gibt es auch in der Pandemie nicht. Die Pandemie ändert nichts an den Mehrheitsverhältnissen in diesem Hessischen Landtag. Die gefallen den einen mehr, den anderen gefallen sie weniger. Das werfe ich niemand vor. Aber wenn Ihre Erwartung ist, dass Parlamentsbeteiligung gleichbedeutend ist mit künftig entscheidet die Opposition, dann machen Sie hier gerade den gleichen Fehler, wie Sie ihn schon einmal beim Sondervermögen gemacht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition. Und deshalb, Frau Kollegin Faeser, drehen wir auch nicht erneut sieben Runden mit Ihnen. Weil es kann doch nur eines stimmen. Entweder ist es jetzt dringlich und eilig, dass der Hessische Landtag die Parlamentsbeteiligung auf eine gesetzliche Grundlage stellt. Oder Sie wollen wieder ewig diskutieren und sieben Diskussionsrunden machen. Das wollen wir ausdrücklich nicht, sondern wir wollen, dass dieses Gesetz noch dieses Jahr beschlossen wird. Eben weil wir uns ernst nehmen als Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Das letzte Missverständnis oder der Sachverhalt, wo andere etwas anderes meinen, als Sie sagen, ist, wenn gesagt wird, Parlamentsbeteiligung, aber eigentlich die Ablehnung der Maßnahmen gemeint ist. Dann würde ich gerne mal, Herr Kollege Rock, hören von Ihnen, welche Maßnahmen Sie denn jetzt ablehnen, wo Sie es denn wirklich anders machen, wo Sie der Meinung sind, dass dort, wo die FDP auch in Landesregierungen beteiligt ist, Sie das falsch machen. Bitte verstecken Sie sich nicht hinter dem Argument in Parlamentsbeteiligung, sondern sagen Sie dann auch offen, was Sie richtig und was Sie falsch finden, damit die Bürgerinnen und Bürger sich eine Meinung bilden können. Herr Kollege Wagner, Herr Kollege Rock möchte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Herr Kollege Rock, ich antworte gerne dann in einer Kurzintervention. Das ist der entscheidende Punkt, und damit schließt sich der Kreis. Alle Regierungen, ob im Bund oder in den Ländern, egal ob sie von SPD, CDU, GRÜNEN, FDP, LINKEN getragen werden, sind sich in den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie einig. Nur im Hessischen Landtag versuchen einige, krampfhaft einen anderen Eindruck zu erwecken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wagner. Ich bitte um Entschuldigung. Wir haben gerade übergeben hier. Deshalb ist es nicht ganz flüssig. Zu einer Kurzintervention gebe ich das Wort der Fraktionsvorsitzenden der SPD, Nancy Faeser. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Wagner, Sie versuchen hier immer diese Tricks, wenn man nach jemand anderem redet, zu interpretieren, was derjenige gesagt haben soll oder auch gemeint hat. Deswegen ist es mir wichtig, an der Stelle noch einmal etwas klarzustellen, worum es nämlich nicht geht. Wo Sie gesagt haben, das ist scheinbar ein Missverständnis, dass angeblich hier Parlamentsbeteiligung verwechselt wird mit Oppositionsbeteiligung. Nein, weil ich will Ihnen noch einmal sagen, wie es in Hessen war. Das kann man auch ganz ruhig tun. Wir haben bis jetzt die Situation gehabt, ich habe sie vorhin schon mal geschildert. Wir haben Ministerpräsidentenrunden gehabt mit der Kanzlerin. Daraufhin gab es Verordnungs-Kabinettsentscheidungen hier in Hessen. Dann gab es Verordnungen. Und wenn diese Verordnungen existierten, erst danach wurden wir informiert. Es gab zu keinem Zeitpunkt Parlamentsbeteiligung über diese Verordnung. Darum geht es heute, um nichts anderes. Darum geht es heute, Herr Kollege Wagner. Deshalb haben Sie gemeinsam mit der CDU einen Gesetzentwurf vorgelegt, weil sonst hätten die Dinge gar nicht vorlegen müssen heute. Das wäre ja Unsinn. Wenn es darum gar nicht geht, braucht man auch keinen Gesetzentwurf. Ich will es noch einmal sagen. Das ist aber eine ganz wichtige Unterscheidung. Man kann sich ja nicht hier hinstellen und so tun, als wenn da irgendwas gesagt worden wäre, was gar nicht stattfindet. Es geht doch nicht darum, dass wir irgendwelche Rechte einberäumt bekommen, die uns als Opposition gar nicht zustehen würden. Würden wir auch gar nicht beanspruchen. Aber das Trauma sitzt bei den Grünen gerade sehr tief, dass Sozialdemokraten irgendwas mitentscheiden könnten. Das scheint ja eine große Angst zu existieren, wenn man so missinterpretieren muss, wie Sie, Herr Wagner. Wenn man so missinterpretieren muss, wie Sie. Darum geht es. Es geht auch nicht darum, wie Sie immer wieder sagen, wir hätten nicht über Corona hier diskutiert. Natürlich haben wir hier über Corona und über die Pandemie geredet. Wir haben viel über den Gesundheitssektor geredet. Das ist ja auch selbstverständlich, dass wir uns als Parlament darüber austauschen. Aber heute geht es darum, dass wir als Parlament beteiligt werden, möglichst bevor die Verordnung in Hessen, in diesem Bundesland. Um diese Entscheidung geht es. Nur darum geht es heute. Deshalb haben wir zwei unterschiedliche Gesetzentwürfe auf dem Tisch liegen. Nur darum geht es, Herr Wagner, und interpretieren Sie bitte nicht rein. Wir wollten etwas anderes, als wir hier beraten. Es geht um die Parlamentsbeteiligung, die bis zum heutigen Tag vor einer Verordnung schlicht nicht stattgefunden hat. Frau Kollegin, vielen Dank. Ja, ja, vielen Dank. Zur Antwort hat der Kollege Wagner das Wort. Er bekommt auch Brutto plus Netto, weil wir ein bisschen Durcheinander am Anfang hatten. Frau Feser, ich habe es ja gesagt, über die Parlamentsbeteiligung streiten wir hier nicht. Deshalb gibt es ja zwei Gesetzentwürfe, die beide die Parlamentsbeteiligung regeln wollen. Ich habe nur versucht zu erklären, warum, obwohl wir uns bei der Parlamentsbeteiligung einig sind und obwohl wir uns bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, zumindest mit der SPD-Fraktion, einig sind, warum hier die Debatte von Ihnen so aufgeregt geführt wird. Und das hat tatsächlich sehr viel mit dem Thema zu tun, dass Sie den Eindruck erwecken wollen, als würden Sie hier in Hessen etwas anderes vertreten, als Sie in den Landesregierungen, an denen Sie beteiligt sind, tun. Das versuchen Sie, diesen Eindruck versuchen Sie hier zu erwecken. Und darum geht es im Kern. Sie haben eine strategische Entscheidung getroffen. Diese strategische Entscheidung war, dass Sie sich in dieser Krise 2020 anders verhalten wollen, als in der Flüchtlingskrise 2015. Das haben Sie in diesem Parlament auch schon einmal gesagt. Sie haben gesagt, es hat sich für die SPD nicht ausgezahlt, den konstruktiven Weg bei der Bewältigung der Krise 2015 zu gehen. Deshalb versuchen Sie jetzt, in dieser Krise einen anderen Weg zu gehen, nämlich der krampfhaften Kritik. Das ist ja eine Entscheidung, die man treffen kann, Frau Kollegin Faeser, das ist ja eine Entscheidung, die man treffen kann. Ich halte diese Entscheidung aber für ausdrücklich falsch in der Situation, in der unser Land ist. Wenn Sie den Weg der krampfhaften Kritik wählen, dann müssen Sie auch akzeptieren, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir darauf hinweisen, dass Sie manchmal Parlamentsbeteiligung sagen, aber eigentlich etwas ganz anderes meinen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wagner. Sie haben das Brutto und Netto nicht ausgenutzt. Wir gehen in der Redner-Einfolge weiter. Als Nächstes Volker Richter für die Fraktion der AfD, danach René Rock und danach Herr Kollege Dr. Wilken. Herr Richter, Sie haben das Wort. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Problembeschreibung, die mit diesem Gesetzentwurf einhergeht, ist mit einem Satz aus diesem Selbstgut beschrieben. Damit stellt sich die Frage, vielen Dank, inwiefern die dadurch teilweise entstehenden, tiefgreifenden Grundrechtseingriffe gerechtfertigt sind, weil die maßgeblichen Beschränkungen zwar aufgrund eines Gesetzes, aber eben in letzter Konsequenz durch Rechtsverordnungen angeordnet werden. Selbstverständlich ist es so, dass der Gesetzgeber, so wie auch in den Diskussionen hier im Landtag gefordert, stärker in die Entscheidung einbezogen wird und auch die Regulierung an sich ziehen muss. In der Problembeschreibung wurde auf Art. 80 Abs. 4 unseres Grundgesetzes hingewiesen und darauf, dass im Falle des § 32 Infektionsschutzgesetzes die Landesregierung durch Bundesgesetz oder aufgrund von Bundesgesetzen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen und auch zu einer Regelung durch Gesetz befugt ist. Die von der Landesregierung dargestellte Lösung unterdessen unterstellt, dass der Landesgesetzgeber seiner Verantwortung nachkommt und entsprechende Abwägungen vorgenommen hat. Nein, meine Damen und Herren, der Landesgesetzgeber ist eben nicht seiner Verantwortung nachgekommen und hat auch nicht entsprechende Abwägungen vorgenommen. Auch schließen wir uns dem in der Lösung stehenden Satz nicht an, dass wir die bisherigen Handlungen der Landesregierung unterstützen und willigen. Meine Damen und Herren, der Landesregierung mitnichten kann man achtwöchige Untätigkeit und damit eine Verschleppung der größten Krise der vergangenen Jahre unterstützen und billigen. Ebenso wenig können wir als AfD billigen, wie aktuell seitens der Landesregierung eine Viruserkrankung so vielfältig politisch instrumentalisiert wird, dass Grundrechtseinschränkungen innerhalb der Bevölkerung bereits von dieser aufgrund entsprechender medialer Begleitung als fast normal hingenommen werden. Nein, meine Damen und Herren, der Landesregierung und der etablierten Parteien, sie können noch so viel stöhnen, dies können werden wir als hessische AfD mit Sicherheit nicht hinnehmen. Was wir wiederum unterstützen, ist, wenn der Landtag Informationen erhält, die als Grundlage für entsprechende Maßnahmen dienen. Aber auch hier, es reicht nicht, wenn man informiert wird. Man muss auch unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze beachten bei der Entscheidung bedenken und in die Verordnung mit einfließen lassen. Denn wer einseitig ein Bild zeichnet, kommt zwar seiner Informationspflicht nach, aber, meine Damen und Herren, wer zieht nicht die Opposition in die Arbeit der Gestalt ein, sodass diese gebührend Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen kann, um ihre aus dem Rechtsstaatsprinzip resultierende parlamentarischen Kontrollrechte ausüben zu können, was sie aufgrund entsprechender Mehrheitsverhältnisse hier in Hessen, wie wir es eben gerade auch gehört haben, aber niemals haben wird. Daraus resultiert, dass eine Enquete-Kommission, wie von uns als AfD eingefordert, zielführend und strukturiert Parteien berät und so die Abstimmungen auf eine weitaus breitere Basis gestellt werden, als sie derzeit und nach dem hier vorliegenden Gesetzentwurf stattfinden. Denn gerade bei massiven Grundrechtseinschränkungen wäre es notwendig, auch die Opposition mit im Boot zu haben und hier, was wir als AfD ebenfalls klar definieren, werden wir selbstverständlich angesichts der nicht mehr gewahrten Verhältnismäßigkeit natürlich nicht zustimmen und damit auch ein politisches Zeichen an die Bundesregierung senden. Einer Bundesregierung, die in unglaublicher Art und Weise beginnt, tatsächlich den Kern unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung aufzulösen und unser Land in eine Situation zu bringen, wo die Einschränkung von Grundrechten bereits als zwingend notwendige Normalität dargestellt wird. Das hat sich eben in der Debatte hier auch gezeigt. Sie akzeptieren den Status quo. Das tun wir nicht. Dem kann man als Demokrat zu keiner Zeit folgen, was sich klar aus dem Gesetz selbst erschließt. § 1 Abs. 2 Zweck des Gesetzes besagt, dass die Grundrechte und Freiheit der Person, der Freizügigkeit, der Versammlungsfreiheit, der Berufsfreiheit, der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden können. Dies sind in unserer Verfassung verankerte Grundrechte, meine Damen und Herren. Allein schon dieser Ansatz lässt uns als freiheitlich-demokratisch denkende Partei den Atemstocken. Und nun stellt sich die ernsthafte Frage, ab welchem Punkt in einem Infektionsgeschehen die Grundrechte dergestalt, wie hier beschrieben, eingeschränkt werden und wie die Entscheidungsfindung dazu stattfindet. Denn die derzeitige Entscheidungsfindung ist einseitig ausgelegt, nicht wissenschaftlich breit belegt und basiert auf einer aktionistischen und weniger auf einer medizinischen Basis. § 2 des jetzt von der Landesregierung eingebrachten Gesetzes umfasst die Befugnisse der Landesregierung, und auch hier muss man genau hinschauen. Die Einschränkungen der Grundrechte sind auf das notwendige Maß zu beschränken und regelmäßig an die Erforderlichkeit der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten anzupassen. Wir als AfD haben selbst eine dynamische Anpassung von Maßnahmen gefordert, aber der Haken entsteht durch folgende Kernaussage. Die Umsetzung dieser Regelung erfolgt einerseits in Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und andererseits durch hoheitliches Handeln der zuständigen Behörden. Was bedeutet das denn in der praktischen Anwendung? Wenn die zuständigen Behörden hoheitlich handeln, weil die Landesregierung der Meinung ist, dass die Bürger nicht ihrer Verantwortung nachkommen, dann wird sie darauf zurückgreifen, dass z. B. die Unverletzlichkeit der Wohnungen aufgehoben wird. Die Unverletzlichkeit der Wohnungen und damit die Privatsphäre ist eine der höchsten Grundwerte unserer Demokratie. Niemals können demokratische Parteien so etwas zustimmen. Wir betonen hier ausdrücklich, dass wir Ende Januar bei der Durcharbeitung des hessischen Pandemieplans bereits gesehen haben, dass die Problematik nicht in der Gesetzeslage des Bundes oder des Landes Hessen liegt, sondern an der völlig unfähigen Landesregierung, welche über viele Jahre hinweg den Pandemieplan immer neu anpasste, um darüber die notwendigen Maßnahmen und Schutzkleidung zu definieren, damit die Bevölkerung in unserem Land geschützt ist. Genau das hat sie nicht getan. Genau das hat sie nicht getan. Wer weiterhin nicht wirklich wirksame Masken, also FFP3, der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und diese auch klar definiert oder spezifiziert, wer teilweise widersinnige Maßnahmen beschließt und den Pandemieplan als solchen gar nicht mehr thematisiert, sollte sich doch vorerst hierherum kümmern, anstatt die Grundrechte der Bürger unseres Landes so massiv einzuschränken. Richtig ist, dass uns die Thematik viele Monate weiter begleiten wird. Richtig ist auch, dass die Freiwilligkeit von Maßnahmen mehr zur Eindämmung von Infektionen führen wird als Einschränkung der Grundrechte, welche am Ende zu einer vollkommenen Blockade vieler Bürger führen wird, die sich gegen diese Grundrechtseinschränkungen wehren werden. Bitte, meine Damen und Herren, gehen Sie in sich und zeigen Sie mit einer klaren Verweigerung zu diesem Gesetzentwurf auch der Bundesregierung die rote Karte. Bei der Erläuterung zum Zweck des Gesetzes wird bei § 1 dargestellt, dass die Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten durch zielgerichtete Maßnahmen verhindert und deren Folgen bekämpft werden sollen und darin das Selbsteintrittsrecht des Parlaments zu sichern. Damit möchte man die demokratische Legitimation einer Maßnahme verbessern und somit ihre Akzeptanz erhöhen. Hier wird verharmlost, was in § 1 an Grundgesetzeinschränkungen stattfindet. Damit wird suggeriert, als ob wir als Opposition Einfluss auf die Entscheidung der Landesregierung hätten. Meine Damen und Herren, wir müssen... Sie sagen Gott sei Dank, sehen Sie, und genau deswegen möchten wir das nicht haben. Sie haben es gerade bestätigt, danke. Meine Damen und Herren, wir müssen für die Bürger unseres Landes die Dimension dessen darstellen, was hier in unserem freiheitlich-demokratischen Staat aktuell geschieht und wie sich die Maßnahmen auf unser aller Leben in Zukunft auswirken werden. Wir werden in Zukunft und damit in einer wohl neuen Normalität, einer Willkür ausgesetzt sein, die unsere bisherige Freiheit nicht mehr ermöglicht und bis tief in unsere privaten Räume eingreift, unsere Persönlichkeitsrechte nicht allein einschränkt, sondern zum Teil sogar aussetzt, und wo die Verhältnismählichkeit der Mittel im Ermessensspielraum einiger weniger liegen wird, was im Kern eine völlige Aushebelung unserer von der Verfassung verbrieften Rechte bedeutet. Nein, das ist kein Quatsch. Die Menschen in unserem Land müssen zwingend darüber aufgeklärt werden, dass die etablierten Parteien, welche sich immer selbst gerne als Garant für unsere Verfassung darstellen, klar verfassungswidrig handeln und sich nicht daran halten, das Vertrauen der Bürger in ihre Politiker zu stärken, sondern über eine Krisensituation alle Möglichkeiten der Instrumentalisierung nutzen, um sich selbst in eine Vormachtstellung zu bringen, bei der die individuelle Freiheit der Menschen in unserem Land nicht mehr gewährleistet wird. Für unsere Jugend bedeutet das, dass die Freiheit, die wir Älteren von früher kennen, nie mehr erleben werden. Das ist ganz wichtig. Das sollte jeden von Ihnen betroffen machen, meine Damen und Herren. Ja, natürlich passiert dies alles auf einem Infektionsgeschehen, welches eingedämmt werden muss, aber nicht mit Maßnahmen, die dergestalt in unsere Grundrechte eingreifen, dass die Verhältnismäßigkeit eben nicht mehr gewahrt wird. Meine Damen und Herren, wir als AfD sind zutiefst entsetzt, über das Vorgehen der Regierungsparteien und Kabinetts in diesem Maße Hand an unsere Grundrechte und die Grundrechte unserer Bürger zu legen. Wir lehnen diese uferlose Generalermächtigung zur Eindämmung unserer Grundrechte als deutliches Zeichen für unsere Verfassung und freihandliche Grundordnung massiv ab. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Richter. Bis auf zehn Sekunden haben Sie Ihr Kontingent genutzt.